Herr Lukas ist Abteilungsleiter. Er hat in seiner Abteilung einen Mitarbeiter sitzen, der tagtäglich mit dem Versand der Tagespost beschäftigt ist. Das kostet immens viel Zeit, die an anderer Stelle fehlt. Zum Glück gibt es PREMOS, die Hybridpostlösung für den cleveren Postversand. Damit wird seine gesamte Tagespost unter höchsten Datenschutzstandards elektronisch an den Druckdienstleister PAV verschickt. Dieser kümmert sich um den Druck, kuvertiert und frankiert die Briefe und versendet sie. So hat sein Mitarbeiter mehr Zeit für wichtigere Aufgaben. Herr Lukas spart durch die Portokonsolidierung zudem viel Geld. PREMOS – wir drucken und versenden Ihre Tagespost.